Erster Link in der Videobeschreibung, unser Discord-Server. Wir freuen uns auf euch. Und damit ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge. P mit Timo. Ja, mir ist mein Headset abgekackt. Es funktioniert gerade nur in dieser Position, wie es jetzt ist. Äh, denn dieser Adapter, was mein Headset hat, mein Headset ist gesplittet, geht in 1. Das ist kaputt. Brauchen Neues. So, deshalb quatsche ich euch gerade hier mit dieser Voraufnahme die ganze Zeit voll, weil ich sonst nichts anderes habe. Wir werden jetzt auf jeden Fall erst einmal versuchen, das Gras einzusammeln, das da nicht liegt. Dann werden wir Stroh rein tun und dann mit dem Optum noch, äh, Wasser holen. So viel kann ich euch schon mal spoilern. Ja, da erkennt das eigentlich, ne? Aber jetzt geht's weiter mit dem normalen Ton. Komm, wie heißt der da? Der Kleiner. Hopp, so ein Puma. Jetzt auch. Yeah. Wie ist es geil auch einfach klingt, wenn man den einfach nochmal ausrollen lässt. Jetzt kannst du roh drin. Oder hast du roh drin. Perfekt. Hier liegt noch eine Balle. Vor allem hier auch diese Zäune, ne? Da hab ich ja extra die Zäune reingeklatscht, dass auch ja kein Ballen zwischendurch kann, weil einmal ist es mir schon passiert, dass es da ein Ballen durchgerollt und war hier hinten auf dem Feld. Ich meine, das ist mir schon oft passiert, auch bevor ich hier diese, ich sag jetzt mal, Wand dahingestellt hab. Ähm, weil ich schon vorher immer die ganzen Ballen in dem Feld, da ist es immer richtig witzig aus, wenn ich dadurch die Felder gefahren bin mit Fruchtzerstörung. Also gut, für den Bauern war es jetzt vielleicht nicht so witzig, aber hey. Selber schuld, wenn er sein Feld neben Mainz hinstellt, also. Wow. Hm, komm, packen wir die Quitser ein. Oh. So, welcher waren das jetzt? Keine Ahnung. Oh, der, gut. Ich hab nur zwei Dinger leer. Oder halt nur, was heißt hier nur? Ich hab zwei Dinger leer. Das muss ich voll machen, noch wieder. Ich meine, in fast fünf Dingern passen, äh, eine Million Liter Stroh. Obwohl, ist es noch eine Million? Mal gucken, äh. Na, sind eine Million, gut. Na gut, in drei Dingern, dann hat man, äh, 900.000, glaube ich. Dann noch eins. Und, ja. Ist man bei der Million? Na, also nicht, hier das noch schnell rein. Nur mal grob. Ziemlich so pingelig sein. Dass ihr das überhaupt stört, dass da vorm Futterdruck nicht aus, äh. Das ist die überhaupt stört, dass das vorm Futterdruck nicht sauber ist. Das ist auch schon. Ja gut. Meine, was denkt die Kuh da? Da vorne ist nicht, äh. Der Ort, wo ich mein Futter hinschmeiße, ist nicht sauber. Ne. Ich bin in der Lust. Nachdem, oder irgendwie. Naja, ich glaub, äh, rundenlang, rumliegendes Futter zieht auch Krankheitserreger an, oder? Kann das sein? Nicht? Gut. Oder nicht? Ja, weiß ich jetzt nicht genau, aber. Ja. Könnte sein, genau nicht sein. Vor allem ist jetzt das Schild da durchgefallen. Ja, vielleicht. Nur nix. Ah, da hat man eine gute Stoppschilder Anhaltestelle. Oder halt, äh, nicht Anhaltestelle, sondern da habe ich Mülldeponie für Stoppschilder. Oder, ich glaub, auch allgemein alle Dinge, die man in die Hand nehmen kann. Ja. Ähm, wenn man mal genau überlegt, wie viele Dinge man eigentlich auf so einer Map in die Hand nehmen kann. Oder zumindest ist es ja auf Rollquest, ne? Und dir müsst ihr euch vorstellen, jedes einzelne Objekt muss, äh, manuell eingestellt werden, dass da, ähm, das dann so ist. Ne? Und halt, ja, dass das dann in die Hand genommen werden kann. Ich wollte ja was auch holen. Fallen einige Dinge, sind auch, äh, da halt, einige Fässer, äh, zum Beispiel das große Güllefass, das ist so ausgelegt, dass der Spiegel da an der Seite, was er da sieht, äh, der zeigt dann genau die Anhaltestelle. Das heißt, man könnte wirklich komplett in der Innenansicht, ähm, nach vorne schauen. Ich meine, gut, man müsste hier immer so rüberschauen, damit man die Spur hält, aber, ja. Den Tank, den kann man sich in der Innenansicht anzeigen lassen. Und gut, auch mit dem DNA unten, aber trotzdem. Das könnte man als Challenge machen. Man geht leider dann nur auf PC. So quasi mit kompletten HUD ausgeschalten, auch Hilfefenster, Talis, halt allem drum und dran. Ähm, ohne irgendwelche Hilfsdinger, dann, LS spielt. Und auch wirklich immer in der Innenansicht. Dass man dann mit seinem Mod, halt, größtenteils seiner Innenansicht, dass man dann mit einem Mod, halt, den gibt's, äh, wenn man durchswitcht, dass man, oder halt, wenn man reinsteigt, dass man dann direkt in der Innenansicht landet und nicht in der Außenansicht und ja. Ne, komm mal, voll das Ding. Da fliegt, warte mal. Ich wollte gerade sagen, man fädelt irgendwie ein Aufleger für, aber... Wenn ich mich tun, dann bin ich. Dann bin ich. Dann bin ich. Ja, ich kann nicht zählen, obwohl ich glaub für die, äh, Dings-Beuter-Siege mit den Tüten. Na ja, ich kann einfach mal ein weites Teich. Na gut, jetzt hab ich natürlich ein paar tausend Liter Wasser. Sopala, das habe ich aus Versehen verloren und gleich auch aus Versehen verkauft. Hier ist Wasser drin, da ist Wasser drin. Oh, schon wieder eine halbe Stunde. Irgendwie krieg ich das nicht mehr hin, ne? Irgendwie, ne. Ist nicht mehr. Bin zu eil für sowas. Gibt's auch eins für Scheiße? Also naja, gibt's ja das normale. Komm, mach mal noch ein bisschen und dann schneide ich halt nochmal 2,15 Minuten Folgen raus. Bin ich das nicht vergessen, ne? Ja, ganz richtig. Wir wissen ja, wie das losgeht. Ja, holen wir da mit dem M1 ein, die ganzen Dinger, aber das fahren wir mit dem Auskursch. Ist ja immerhin fast doppelt so schnell. Entschuldigung liegt auch fast. Oder meine Frage an euch, wollt ihr lieber dann, dass wenn ich mir schon wieder so eine 30 Minuten Folge hab, wollt ihr dann lieber die 30 Minuten Folge komplett runter haben oder wollt ihr es eher gesplittet haben? Weil, ich glaub, ich hab nicht die Geduld um 30 Minuten am Stück, äh, am Stück zu gucken. Vor allem nicht mich selber. Absolut keine Lust. Absolut nicht. G7 Saat ich�... Ja... Ähm Ou reproduz. Ja... Hier, namens Preis, ja. Ne, mich auch immer noch ja winterach. Eię, aii, aii, a, ik Oh, no, no. ein Mann mit die Kameraden hat leicht wirklich mit 50 Grad am Boden aber was ist im Boden dass sie vielleicht wippt oh das war fail oh hier am Boden auch Hackerfläche vielleicht ein bisschen mehr Bodendruck kann mindern hier und alles vielleicht zieht er auch mit Rad besser an weil dann fährt der Jahrhundert ich musste mal nachts den Ding so, komm ne den lass ich jetzt da stehen na dann machen wir fertig hier so perfekt also bis zum nächsten mal und hoffe ich schaffe es ab und ab an an zu machen ne bis zum nächsten mal auf Bis zum nächsten Mal.